Wir kennen das alle so aus Filmen, wie dann die Leute da stehen und schmeißen andauernd Geld rein. Und letztendlich zieht der dir das Geld aus der Tasche. Deswegen einarmiger Bandit. So, Hebel an der rechten Seite nach vorne bis zum Anschlag ziehen. Das kennen wir. Funktioniert gut. Ich hab gewonnen. Du hast gewonnen? Ich hab gewonnen. Ey. Die wurde doch hier manipuliert. Die mir Gnutzgefühle hat. Ich hab gerade 20 Pfennig in diesen Automaten geworfen und hatte beim ersten Spiel den Hauptgewinn. Das haben Sie doch manipuliert, oder? Das hab ich nie geschafft. Ich hatte drei Kirschen. Das ist wirklich selten. Ich will das auch mal probieren. Zitrone. Das ist, glaub ich, schlecht. Nein, das wird nix. Zweimal Glocke, kein Gewinn.